Ok weiter geht's Wir haben vorgespielt und die Wette wenn du es nicht schaffst werden wir sehen ok und der Chris ist eine Box von mir Nein wir haben es nicht gewettet Du hast gesagt du wolltest du mit mir wetteln Ja du musst ich mir nicht die Hand geben Warte ich will nach dem Video Chris das zurück Warte Warte Chris ist zurück Komm schnell zu sich das hat sich voll Er hat also diese goldene Rüstung dafür gesagt Oh man bin ich dumm Warum Ah Dann könntest du das ja machen Also so lange ich Gott sei Dank ich auch schon am ok Warte du hast jetzt wieder 2 Warte jetzt kannst du nochmal einsetzen oder Warte Jetzt aber Ok jetzt bist du da Nach oben springen Und hier Was soll das Dann nimm das hier Weg Was passiert denn wenn er Was passiert denn wenn er in Gas landet Dann geht's weg halt nicht Aber irgendwie ist es auch normal weg gegangen ok Ok du hast irgendwie Vorteil weißt wieso Du kannst oben und nach unten gehen Und er hat so irgendwie Probleme damit Seine Andertaler Wie sagt er jetzt lila ne Haare Aber schon immer so Ja aber bei ihm Das war ein bisschen blau und lila Achso Jetzt ist wieder so ein ekliger Kampf Ich muss um die Zeit Und bam Okay Und bam Und bam Und der letzte Bitte bitte Ey wenn du jetzt noch reinkackst Bam So wie in der Siegel Ja Okay Nein stimmt das hat ja nur sein Ja aber nicht Doch 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 Aber wo er besiegt wurde Ok ok Oh geschafft Ich geh mit dir Ich geh mit dir Okay Übersetzt du los wenn du so Nein Und das ist so das ist das ist die Geschichte Alter Mann Alter Mann Achso Ach so erinnert mich damit Ja entschuldige für die ganzen Missschuldigern die die ich dir verbreitet habe Hey Sanji Das hat auch mal das Weiter geht auch umsetzt wenn du Ja das war ja ok Pass auf dich Pass auf dich glauben Ja Schönes Danke für alles Mann Die sind nicht alter Mann Sanji hat sie angeschlossen Chris eine Bälle Hey Chris Lolli Das ist so zweideutig Lolli Pops Chris Lolli Pops Zwei Stück Don't Quick Die 10.000 Speer Glaub ich Chris Ha Chris Speer Mordettlich Technik Nein doch nicht Ah doch warte vielleicht jetzt Nein Doch das könnte sein Was kann das Speer jetzt Soll ich nochmal gegen doch Krieg so als Spez Nein 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 Okay aber wir nehmen da nicht auf Und machen dann Was zeig dir wie leicht das wäre Wenn wir endlich sprechen Ja könnt ihr dann irgendwas Könnt ihr dann machen Aber erstmal Welt 5 Welt 5 anfangen Welt 5 anfangen Ach so wir schon mal anfangen Ja Das ist halt Anfang schon von Welt 5 gleich Dann wir machen noch bis zu einem bestimmten Zielen Also wir machen noch bei Welt 5 äh die erste Welt Dann wetten wir den Part und sehen wir das nächste Mal morgen Oder? Ja nicht so Mal locken ne Hä? Mal locken ne Mal locken ne Ja mal locken Ja Ich war ein Pro bei Yoshi Yoshi Okay da kannst du mitmachen dann Ich mach auch Also wenn die Yoshi Story mit ne Ja ich mach nur zwei Hand Aber ich hab ne Zeit Mit Super Mario Advents 3 mit Joshi Ebo Baby Mario Ich mach das gerade Als Let's Play Gerade bei der zweiten Welt Ich muss auch noch weiter machen Ahnung Die Wie ich Ich hasse halt nicht Ahnung Park Okay die erste Welt kommt Das ist ja nicht ekelig Die dauern richtig lange Und das Wetter ist auch ein bisschen merkwürdig Und wo es nach Ach ja die wurde ja Vergessen Komm die erste Welt nach und dann kann hier gehen Dann kannst du gehen Ja Also das ist halt wirklich Das war leichte Vokabeln Kannst du fast das nicht kaputt machen oder so? Okay Achso okay Hä? Was war jetzt der Sinn darin? Ich weiß nicht Ich fisch mich als Gegner Okay Das war ekelig Guck mal wenn man die abwarte ich zeig dir noch nicht was Aber du weißt das schon bestimmt schon selber Was denn? Zeig dir das mal Hier Guck mal wenn man die abwarte ich zeig dir noch nicht was Das ist ekelig Ist doch gut eigentlich Ja aber Ey das ist Ey das sind echt mal super Mario geklaut oder? Du kannst du diese komisch Das war das Speer oder was? Ja Ey du kannst du diese komischen attack Komisch den Bump ums Die einmal auf Mario gelandet sind Ja Sind das nicht diese Teile Kann sie sein Deswegen meine ich ja Wir haben richtig vor uns über Mario geklaut Wie sie sein Was ist das? Kannst du jetzt eine andere Technik Also kannst du jetzt ein mehr Ja Kannst du mal zeigen Ich sei nur ein mehr mehr nicht Also kannst du eine Kann nur ein Spezialtag oder so Ich hab einfach nur ein mehr 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 ist es nicht so Kann man auch 5 bekommen davon Ich hab 5 ist das Maximum Dann ist es so blau oder so Ich hab ich hab ich Was willst du? Ja mach weiter Wollen wir nicht das sind leichte Vokabeln Dann Foi Ja Egal Ich hab leider eine странer gibt es auch schon durch obwohl ich genau eine zweite Reik texte mit dem hier ich muss ein paar Smack das ist die weil er hat nichts keine Lust zum Neuzeitschein Sammels Ehrlich das ist jetzt nicht zu zeigen warum nicht die zu lassen es geht Lallana Lallana das die Attacke kann ich mich wieder erinnern Scheiße, ich greife ein... Ich greife ein... Entschuldigung Leute, ich bin müde. Es ist gerade 23, 22. Und wir nehmen es gerade auf. Weil die keine Hobbys haben. Ich habe Hobbys. Ich auch. Das muss ich manchmal sagen. Achso. Warte, mit denen sind ja... 998, 297, ich weiß nicht. Achso, die ich in Abkürzung genommen. Achso, warte, komm jetzt nicht. Ich wusste, dass der Okta kommt. Irgendwann kommt doch... Ey, ich habe gerade die Tasse überwählt. Was? Ich habe gerade die Tasse überwählt. Achso. Oh nein, ich hasse die. Ich hasse die. Ich hasse den auch. Der hat doch irgendwie verfolgt oder so. Stimmt. Guck, ich kenne mich da richtig mit dem Wort fies so aus. Dann kommt wieder. Keine Frage. Hier war der Schummeltrick. Warte, warte. Der redt mich auf. Ja, geh in die Luft schlagen und so. Okay, da hast du ihn getroffen. Gut so. Musst du nicht auf irgendeiner Stelle gegen alle drei kämpfen? Also... Die... Okta... Wie heißt der komische Tuch da? Kiss. Kiss. Mit den komischen Lippen. Karate, genau. Karate Kilt. Ah, Kiss ist da. Jeder von ihnen hat unterschiedlich viel Leben, oder? Ja. So, man muss dann öfters die in der Gruppe dann treffen. Ich glaube, das war in der zweiten Welt, wo sie als Gegner kamen. In der dritten... Der dritten war Arlong. Was ist das dort? Komm weiter. Was kommt jetzt? Hey, mit den Projekten sind auch bald fertig. Hier ist heftig. Ich muss nur mal rein. 3 muss ja auch noch fertig. Das auch... Das Spiel ist voll schnell vorbei. Das hier? Nein, das hier, ja. Nice. Ja, aber ich habe noch... Ich hätte es bei normalen Schwierigkeiten bestimmt gehabt. Weil mit solchen Spielen kann ich mich nicht so gut aus, also... Ist nicht so meine Krankenweite. Sie blösten die Kanone nicht. Das kann doch nicht. Das war eine Wand da. Kann dir die Wand nicht so sprechen oder so? Nein, warte. Warte, ich glaube nicht. Du kannst von anderen Seite. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du kannst von anderen Seite. Aber guck mal. Kann doch nicht. Okay, jetzt weißt du es. Jetzt benutze es. Benutze die Macht, die du erhalten hast. Ja, so ist es. Und... Ah, so ist es. Und... Äh... 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 Okay, das hat keinen Sinn mehr. Ja. Damit die Letters benutzen. Nein, ne? Wieso? Da, immer diese Wäthchen. Egal, komm. Höh, ich muss da was so... Oh Mann, ey. Ich will es nicht benutzen. Ich will es nicht benutzen, vielleicht bekommt's ja. Ich muss es so wieder benutzen. Achso, sieht man auch. Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Wir achten gar nicht auf die Musik oder so, da? Was weiß ich. immer diese perfekte stelle wieso gehst einfach nicht diesen weg da und springt da rein wieso benutzt einfach nicht diesen weg da gehen da gerade gemerkt das ganze irgendwie gemacht habe es ist einfach so muss ich habe hier ist nichts und wie muss man da hin ich glaube nicht man musste was sage ich nur wegen einer wunderschönen umwege gemacht kommen stirbt eure leben haben keinen sinn eure mütter hassen euch fertig kommen wenn ihr eine weg hält so kommt jetzt dieser start die karakter kommt schwarz kurz schwarz kurz ist ja ich weiß nicht wieso jetzt ganz ich weiß gar nicht warum das jetzt spontan zu kommen scheiße die kommen wieder weggebumst eine richtige bomb ums weil diesmal sind die rund ich hoffe das essen drin keine münze das liegt an der dunkelheit deswegen die knappe vertreten und sprich in diesen reisen bingern nicht so machen jetzt glaube ich glaube ich habe ich habe mir nicht angegriffen hat von unten ohne kommt noch mal der blaue jungen der wollte wieder springen das war aber nicht so tor und so und weg mit ihr wenn man noch diese eine welt durcheinander haben wir sowieso und damit ja okay ja das ist alles auch leichtes englisch man das müssen die verstehen selbst in der grundschule oder in der ich weiß das ist auch ein bisschen unlogisch gemacht man den entwicklern was von hier hat es ist fertig oder wie wenn wir wissen jetzt wie lange noch kann ich ja noch nachgucken wo führte der weg dausenden die mitte herrn die mitte handen die ein wenig der handy und so wieso die musikers leben kann man irgendwie rankommen ja man kommt daran okay das sind dann die sie die sie nein herde landes ja sowieso verarscht mich nicht die 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 ich dachte wir kurz immer erst gestorben mal das meint sein die die ja ich denke gerade mit messerreich alle klinik ist klar also wenn ihr wissen wollen was haben oben machen wir so machen wir so ein dankeschön achso das halt uns das ist halt nur für ein aber nur für zwei ne und Zoro und Zoro also für beide dann nur für einen für Zoro für beide jetzt ne also in zwei verbrochen achso das ist nicht heftig und dann noch wie ganz normale zwischen Sanji hier 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 jetzt mit Zoro einmal auch hier seine Dämonenattacke da ok jetzt aber da ist nur zu wenige da kommen wir eigentlich würde ich sagen nein es dauert noch etwas dauert noch etwas äh also hier ist hier Schluss oder gleich 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 und bäms ah verstehe und besiegbarkeit sieh mal mal wie lange das anhält ok das kann man echt gut hier gebrochen können wir auch so machen trotzdem das hilft aber trotzdem ok hallo ich dachte schon ok das hat aber viel geholfen oder ok ich dachte schon wie zum Teufel soll man da denn rankommen hä irgendwie halt voll reingepackt worden ja gleich nein das ist schon da andere Seite so da ist so da kommt es eigentlich am Ziel an das dauert wohl lange ah hier musst du sperr benutzen ihr ihr ein ekliger Fratzen bastard ich muss nicht hinladen aber egal gehen wir mal wir haben ja die Zeit dafür ja wir haben die Zeit dafür und so ok und so er spuckt es mit Wasser an der Wichser und so und so ok wo führt der Weg hin so die wir nicht gebrochen könnten aber egal also guck mal weiter vielleicht geht es ja ey das geht da weiter oder guck sag ich doch man muss ja nicht jedes Mal wieder zurückgehen und kissy und in der Lippe wo kostet dein Gesicht und hier bin ich nicht ich bin gleich am Ziel soll ich noch mal am Ziel gehen was ja zu Wort wir könnten mit der Stadtrund sowieso nicht anfangen die da oben ist ja zack und so so musst du das benutzen ja ist klar ok warte so Leute wir sehen uns beim nächsten Mal nein 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 ne so schnell achso ne so schnell erstmal gucken wie viele Mütten wir haben Leute wir stehen morgen wieder weiter ok saving 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 ja muss sie gehen nicht gehen nicht nur ich darf das siebzehn Minuten ja komm was das waren siebzehn Minuten bisher siebzehn ja dann machen wir noch fünf willst du noch ja ganz schön hier ok muss die macht noch ein bisschen für euch Leute nur für euch nur für euch exklusiv ganz viel ahja hast du eigentlich haben mir das erzählt was das mit Tata ich war ich auch komm online achso ok erzähl dir erstmal ja wer wird sicher vielleicht wird sie sich ja freuen und sagt ihr ich habe sie noch nicht vergessen und sagt ihr ich habe sie noch nicht vergessen du hast sie noch nicht vergessen ich habe sie nicht vergessen nicht sie dass nicht dass sie denkt dass ich sie irgendwie vergessen habe oder so ja ach ja da wenn sie noch wissen sie werden noch zu Ende machen weiß ich guck mal ich glaube das hast du keinen Bock drauf wegen dem Postkampf das sehen wir mal ha 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 ich dachte hallo ich doch nicht ja stimmt doch wenn du nicht warte kommt nicht der Fratzentyp schwarzgurt und weg mit dir ich habe dieser Satz ist nicht so groß das ist groß ach scheiße sag mir schon wenn du keinen Bock mehr hast dann kann ich mir sofort katt machen ja kann ich mir sofort ein katt machen ist ja nicht so schlimm oh nein wie soll ich das tun oh nein oh mein voll planiert ja ich hallo das war doch ernst gemeint oh nein wie soll ich da durch oh nein aber gibts 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 wie soll ich da durch oh nein scheiße wie soll ich da durch das war schwer ehrlich man richtig sogar guck mal guck mal bitte guck jetzt guck jetzt guck jetzt guck jetzt ich hab das glaube ich nicht ich hab das wirklich nicht hast du gesehen das war schwer ja ernst gemeint sein egal jetzt aber ah so ja wenn ich will kann nichts jetzt kommt die ganze scheiße nochmal da soll ich nicht deine entscheidung ich gehe nicht was ist denn da in den weg findet es zum boss nö nö aber irgendwoher kann ich schwerf alles ich glaub schon weil irgendwoher kann ich das ich weiß nicht so so machst du das ganze leid auf sicherheit so so das ist noch nur Spaß und knappe Sache das war echt knapp wie zur Abkürzung oder was sehen wir mal ich stelle vor das wird sie zum Boss das sind kleine Truhen kenne ich gar nicht ähm ok die führen jetzt wohin dieser weg hier für die zu gegnern kenne ich auch gegen Captain Maus kämpfen ne ja Captain Maus wer ist Captain Maus weiß ich nicht mehr wer ist das und du sagst du willst du überhaupt nicht sagen der ist Captain Maus kennst du ihn wirklich nicht Captain Ratte oder wie der das heißt was auch so und wird gegen Kampen ja hier schon so stark ich weiß nicht und wie soll man gegen Kampen mit was und mit wem das war es natürlich auch Marien gesündet ja nahm ist bei dem und vorgesehen ja und ja und ja vorgesehen was ist äh kannst du dir erinnern ob es als jetzt anzeichen war dass wir fast am Ende sind bei das Level oder dort ist noch wo ja das war schon leider nicht vom richtigen in sich jetzt voll in den Nacken voll in den Nacken ach ja aber ja bei Japan Takoyaki und so ganzen Judo ich will alles ausprobieren mit dem Geld auszusetzen ja geles geles ist gut ah ja ich hab die Fragen äh ich wollte die Fragen weißt du warum weißt du den Grund warum die Youtube äh ihren Gehalt also was sie von Youtube die nicht sagen dürfen das sie was von Youtube die Leute die äh Geld verdient von Youtube die dürfen ihren Gehalt nicht sagen also wie ich die bekommen von Youtube ja das bleibt überhaupt geil aber wie so eigentlich was haben die eigentlich Gründe nein 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 die meinen Youtube sagt denen das sie das nicht sagen dürfen aber ja die haben ihre Gründe halt so ich geh lieber so lang 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 verdammt Müsse ein Leben wir haben schon genügend Leben aber egal und so ach ja was soll ich machen wenn einer jetzt so Kommentar schreibt sagt dann könnte es schlecht und so was wenn er freut sich ja manchmal kommen die Kommentare das ist schlecht und so ja soll dann doch was soll ich sagen dann kommen man kann man hier noch bringen man kann man man kann man man kann man soll sich das Video machen guck mal guck mal zack ja muss ich es gut wie ihr gerade gehört habt guck mal schwer hier und so ey vielleicht kommst du gleich weg oh nein wie soll ich da durch oh nein und nochmal ich geh vielleicht am emulator und so weg mit dir und weg mit dir nein wie lange wird es noch so lange scheiße ja oh ok oha die Münze noch was ist ups ok komm jetzt ab bock nein noch nicht lange dauert was er so lange du bist du was wir nicht vertrauen im namen ja ihr wisst jetzt wo der Schottruhe ist das ist wir machen das so voll hoch genommen mach mal einfach weiter machen das bringt ja sowieso nichts da war eine Kiste um wir haben ja mal essen ein Problem ja ich habe mir jetzt untergefallen hier das ist so kommen gebrauchen egal was man sprechen du kannst du auch mit 10 Jahren leck mich bis sowieso mit Kissabwohnung mit neben die Knutschen oder so der fetten Lippen er so ekelhaft diese fetten Lippen alles aber noch mit Glück Rosana ja Rosana sowieso Todeskurs ah hier kämpfe ich ihn ah hier kämpfen Rattel ich kann ihn meinen äh wir werden sie nicht geschehen gib ihn das passt warte ich kann es sein das kann ich auch noch nicht das mit Kappenratel Leute ihr seht hier neue Sachen ey ist das nicht toll Gung Gung Ballon Gung Gung Ballon was jetzt ok Teleschnecke Teleschnecke halten was bringt dir diese Teleschnecke Collect Prozent mehr das war jetzt alles was man machen konnte ja egal und kauft und da jetzt kommt der richtige boss weiß oder Leute jetzt jetzt kommt der richtige wahrscheinlich natürlich natürlich wirst du meine höchste natürlich ich will kein schwaß so ich hätte was das so kommen die jetzt ich muss ich beim nach hause ok jetzt muss ich doch nicht herrhoff da alleine ich dachte es kommen noch die anderen später steht da jetzt hat er an die jetzt hat er eine vorgabe ok das egal es ist eine vorgabe ganz wieder das schnell durchsatz oder so das wieder schnell durchsatz kommt komm 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 herauf und ich glaube wir brauchen mehrere paar Jahre also wie heißt er wieder smoker besiegen wollen oder ich weiß ich bin ich kann es nicht durch er berührt sich damit erholt sich und dann greift mich an während ich dieses kalaschiko einsetzen ja das müssen wir nicht über oh shit shit was ich muss holen ich schwör auf alles du musst ey wieso das denn wo ist denn zoro irgendwo ich muss eine nähe sein ich weiß nicht ich habe auch stadt unter hinter wir sehen uns im nächsten paar ja machen wir erst mal auf drei also schüss